so warte mal mit ihr rede ich hier vermitteln so geil dass man das sieht dass sie macht und jetzt aber jetzt genau ja geil jetzt haben wir getroffen sehr schön mit freundin wenn man begleiter an der machen so etwas anderes ich wollte aufnehmen nicht verfügbar aber nice mission fertig da oben du führst mich haben wir ein toolkit dabei ja warum das auto dann machen wir mal eben wo wir nicht dabei ist in dem 1 das auto was ich habe gerade ein schnellere auto gefunden die amok an der das gleiche ja wir haben wir gleich und lassen wir mit ihm zu machen ich war jetzt mal links jetzt ich habe gerade den punkt gesetzt da muss ich mich nicht mehr sehen mal gleich eben anhalten also so ein ding soll wieder perfekt aber auch immer mit und dann fahren wir mal eben kurz zurück wir können gelände war gemein kann ja willkommen doch gleich zu hause eine reise zur basis für hilflosen seelen jonge was ist das denn ich soll es aufhören der ist kein tank Herr Sprint ist hinten drin sollst du hier direkt nochmal durchsuchen mhm ne wir sollen vielleicht los wir haben wohl gleich hatten wir noch keine Zeit aber wir haben bald eine Zombie-Druckverdruckung zuhause und auch die überlebenden Schwierigkeiten warte mal fangen wir jetzt von hier geradeaus zur Straße dann fangen wir rechts folgen den Weg bis Wolltest du erst nach hause oder nö erstmal zu zu den Schwierigkeiten ok die vorne will ich mir in dem fahrzeug zustande nicht mitnehmen glaube ich ja ich hänge mal fest gesehen wenn er weiter bis zum straße jetzt wenn du nach dem weg folgen nein aber du fährst nicht so schnell wie du kannst oder so das war das ding kaputt ist gerade noch weiter ja das kostet aber extra unlogger nach hier sind wir und die sind und die sind sogar feindlich gewinnt super warum helfen wir denn oh das ist ja ganz blöd gelaufen da waren wir jetzt quasi zu spät ne ja kein platz ich brauche ein auto wo ich eine sache reinlegen kann da ist noch einer draußen ja ein bisschen platz hast du noch drei plätze ich bin dringend irgendwas zu looten ich habe einen garten weg zu gefunden mega neus ohne medikamenten ressource ich glaube es ist besser als nichts ich denke das ist alles ich werde hier finden ja perfekt alles leer schnapp gut kommt nach hause kannst du nichts mehr nehmen wasser wir liegen auf schraubenzieher und mit heilpfleger und mein auto bräuchte man die waschanlage ich war denn der diesmal ja helfen wir mal in der community jetzt ja ja hinter mir irgendwo mein wagen kann schon kaum noch der arme dauert nicht mehr lange bis der noch qualmt gleich also ich habe hier vorne freie fahrt ich weiß nicht wer du hast naja ich habe sie eben nicht du bist ja viel viel schneller als ich ja krass ich mag das auto auch aber für den wagen brauchen wir halt die autowerkstatt wagen wagen und wagen und ich und ich 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 Was für'n Arsch. Ich hab mein Kopfgeld kurz fertig. Wir kriegen gleich über den Angriff. Let's go. Ja, ist korrekt. Ich mach das Auto gleich noch leer, ne? Ja. Nicht leer. Jetzt sind wir gleich. Geile Musik. Geil. Das ist nichts, was wir vorher nicht gesehen haben. Mein der Zombie. Okay, wo ich jetzt hin rennen soll. Weil die sind halt überall und die Leute, die Piefeldräume auch immer im Weg rum. Na, greift er. Jetzt nicht mehr. Was ist das ein Freak in der Nähe? Ja, da kommt er. Ja. Er ist drin. Ich hoffe, er wird down ist. Das ist nicht das, was wir vorher nicht gesehen haben. Und warum? Sehr gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ach, das sieht nicht mal auswechselnd gleich. Ah, ich muss den nicht verlangern. So, wo waren die Betten? Hier vorne. So. dann nehme ich hier den du ich mag es voll ich habe auch irgendwie so zwei hauchcharakter mit denen ich habe den typen mit dem mit dem mit dem karten mit dem halt so im gesicht mag ich voll gerne so was fragt er hier 22 und 22 haben wir hier jetzt bereit einleitern uns bekommen Nein leider hab ich bekommen ja. Sehr gut. Ach wir mal Juggernaut Problem. Was fehlt uns dann genau für die Autowerkstatt? Für die Autowerkstatt? Für uns glaub ich ein Typ der so was kann. Ein bisschen über Autorepaktor. Das fehlt uns. Nee. Ja. Ja mach mal das morgen. Das ist sicher nicht so gut. Das ist klar. und meine schrubflinte ja wollte sie noch von pausen wird schon wieder zurückgehen ja heute ich das wusste ich doch sehr gut hat dann der gar nicht jetzt hier selber noch tank wir brauchen einmal tank ich will den jugger noch dazugehen loswerden erstmal aber ich hau den mal weg mal eben aber Aua Der in den Baum zu treten bringt halt gar nichts Vorsicht Nice Perfekt, sehr gut gemacht So, wir wollten jetzt Wir machen jetzt in beiden solchen herzen weg oder Ich habe nämlich kaum noch benzin werde wir bräuchten Wenn du herstellen kannst Termitgranaten ansonsten Ich habe eine Termitgranate Was habe ich hier? Wo stelle ich hierher? Eine Werkstatt ne? Termitbomben hier? Benzinbombe Termitbomben kann ich machen? Benzinbomben und Termitbomben sind am besten gegen die Herzen So, ich habe es von jedem Zoll mal angeschmissen Ich gehe mal in den Auto Toll, sehr elegant Machst du mal da zwei Termitbomben Die zweite Termitbomben rausnehmen? Das habe ich mir mal vorgesagt ne? Warte, ich habe noch mehr Ich habe jetzt nochmal Vier Benzinbomben gelegt Und die Termit würde ich rausnehmen Ich gehe dann ab Die vier stück Das reicht nur So Dann müssen wir uns einmal den Tank rausnehmen Dann hole ich nochmal neu tank Dann nehme ich nochmal zwei raus Sondern äh Ja Dann habe ich die vierte Mietinger Dann haben wir noch platz frei Was soll ich da mal holen? Na eins kriegen wir damit fertig Auch zwei oder nicht So, getankt habe ich jetzt Wollen wir noch einen Wollen wir noch einen Händler weg? Wollen wir noch den Tank rein gelegt? Soll ich noch was drungen gehen? Dann ne Bomben Den besten Termit nochmal ne? Äh Müssten wir schon mal zwei Wagen fahren, oder? Also ich habe jetzt nochmal einen Tag voll ne? Ich habe noch neun Termitbomben dabei Und neun Brand-Benzinbomben Juhu Dann sollte ich glaube ich auch genug haben, so alle Okay Ich habe nochmal neuner Schuss mit meiner Stromflinte So, dann fahren wir jetzt von hier aus Okay, nach links Ja, ich bin ungefähr an Weg Ich würde vorher nochmal eben kurz vom Händler vorbei Jo Whatever Ich mache den Tommy weg Ich mache den Tommy weg Dann hat er was gut Okay Oh Oh Hallo Drei Munitionspacks Und Waffen Und Der hat die Munitionspresse Nehm ich einmal mit Ja Ich habe da ja kein Kandex vor Oh mein Kandex Boah, wie viele Munitionspressen hat der denn hier? Haben wir noch Platz dafür? In deinem Auto? Ich glaube nicht Warte mal, warte mal, warte mal, warte Warte mal, warte Einen Platz ist da noch da auf jeden Fall Warte mal, warte mal, warte mal Wenn ich die reinlege, kann ich die noch rausnehmen Ja, ein Platz ist drin Ja, ein Platz ist drin Hm Und kommen wir nachher wieder? Das ist noch eine halbe Stunde Jetzt Die halbe Stunde haben wir, klocken Zeit Bomben da raus Warum kann ich denn hier den Koffer um die öffnen? Hast du gerade ein Auto abgeschlossen? Geht näher Toll Also ich kann nicht von überall da rangehen Was soll das denn? Hä? Warum mehr Hier ist noch ein, äh, Sack mit Munition dran? Ich hab keinen Platz Für den großen Sack? Wohl doch klar, da ist ja logisch Wo denn? polizei munition und dann mal eben kurz wieder zurückzufahren die sachen einzulagern hier ist noch ein medizinsack mit dran, bleiben wir jetzt haben noch 15 Minuten Zeit, lassen wir mal die Dinger fertig machen, dann kommen wir her, dann haben wir auch wieder Platz ja lass mal eben kurz die Sachen mit zumindest die Säcke und wer fährt dann wenn die Säcke nach Hause gehen ja ja ich schlage ihn mal jup jetzt schon spresse mit sonst presse dafür kommt gleich nach was zum so einlagern ja ich bin mal ausgeraubt jetzt nicht, jetzt hab ich keine Lust ruflinden magnum oh gott, ne Horde auf und zu das sind 100 Meter ich geh mal hier bitte naja wir fahren mal mit den Schloßdringen erstmal weiter und dann vorne beim Bus ist wieder links, ne? äh, rechts da hab ich's aber auch recht, ey da hab ich's aber auch recht, ey Bagger würde Joggen mitnehmen ne, hätte was halt mit dem Weg folgen und dann rechts äh, ja rechts da hab ich's ich könnte jetzt mal richtig gucken das ist geil wenn man sich quasi die ganze Base aneignen könnte dass man sich halt jede Basen holen könnte, weißt du? ja schlichtwert nicht hast du bei dir eigentlich mal, ähm, die Map gewechselt gehabt? ne, ne? ne, noch ne wie gesagt, ich komm kaum aus der Base-Proton und dann kommt noch steht alleine sind die Kölner so ein bisschen, naja ja anstrengender verteilt schau mal hier jetzt direkt das Gebäude hab ich hier auf der rechten Seite ja da haben wir mal eine Panne dran wo wir meinten, ob ich auch mal runter kommen möchte anyone free over there? we could use some help if I take out the nearest plague heart ach, hier war das noch? ja ja warum war das von hier? ne, weiter noch bis dahin fahren und dann links und dann hier ist es welches wo ist das? ich weiß wir gucken ob manila von außen irgendwie attackieren wie hat das? wie ist das? Fakus wo ist das? Ich hab's gefunden. Hier. Deine Sacker? Ja. Ja. Nice one Daniel. Sauber. Sehr sehr gut. Hier ist ein Premium Benzinkenister da drin. Hier ist eine Weife eines Jägers. Oha. Ah. Ah viel mehr. Ich setz mal mit dem. Aber man kann nicht einfach das Auto legen. Ich leck mal eben hier zusammen raus. Ich leck mal mit dem. Ja. Jetzt ist das ein Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Das Rapidischmaschinen? das war eine messer was ja cool da sollte man neu sagt nämlich noch mit hier umsonsten und hier noch ein paar sachen sind für mich aber auch das soll so nächstes solchen herz dann lasse weiterfahren dann hier rechts da ist ein spionage worden und ein rahm ist ich warte auf dich geht das nein aber coole animationen markierungen rechts zeichen jetzt hier auch voll schnell kaputt die mit karten sind nicht ohne wenn ihr die gezielt darauf war ich habe die benzin länger geworden und dann fährst du rechts und dann fährst du jetzt hier hin und links und dann bist du mehr in der straße viel nage wagen das war ein google auto weißt du bescheid wir kommen zum ekligen gerorgen ja kugel ah die kniss ist da unten noch ein händler na das ist eine andere aufgabe die wir noch haben wir sollten erstmal hier ja da 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 Was gefunden? Nein, nein, nein. Man verpässt ja ich. Danke. Wo ist das Scherz? Die ist nicht. Ah, das ist direkt hier. Okay. Vorsicht. Das war's, ne? Herumschau. Totale Sonnenplatte. Das war's. Das musst du eigentlich mal durchsuchen. Aber da ist schon wieder viel drin. Ich hab, äh, kein Platz. Das kann ich nehmen. Ähm. Ich bin bereits voll. Äh. Was heißt denn, erreiche die Ziele, die dein Anführer vorgibt, um die Story dann in der Gemeinschaft auszuschließen. Boah, ich muss das machen. Äh, die neue Aufgabe, die wir jetzt noch haben. Vergründe im Vermächtnis. Was? Was? Wir müssen nach Hause gehen. Okay. Wir müssen nach Hause gehen. Wir müssen sowieso, weil ich bin voller Blutzeuge. Wie lange haltet er auch nicht mehr durch, glaub ich. Hm. Aber krass, das waren alle zehn Zeugниnten. coole sache ich kann mal die karte kann ich nicht kein platz aber mal kurz das hier hinschmeißen mal karra auftanken also im auto obwohl den mache ich jetzt wollen geht er mal rein nein dass sie den platz da haben wir hier noch die blutzeichen proben ein ach krass wie ich mit dem dazu wird dabei nice benzin ja wir haben kein benzin mehr nein das habe ich für dein auto genutzt das was hier drin ist hier ist eins drin können wir hier nämlich auch noch was rein tun da kann man da nicht mach ich hier noch mal das hier auf das ist eine 100 pro ich sagen gehen wir aus wo die schale denn war der nämlich gerne wobei die karre her jetzt wieder auf nach hause ja einmal feiern dass wir alle solchen jetzt weg ja keiner gesehen was ist mit dem typen hier ist es eine mission oder der will mit handeln ja jetzt müssen los werden jetzt ist uns gefolgt ja 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 na wie geht's wenn wir den typen wir haben könnten was mit ihr weg hast du voll nach benzin lagermann zu nicht mehr auf 15 oder nämlich die tausche mit ansonsten hier noch ein anderer also mit carina machen reden also ich könnte jetzt quasi sagen ja wir helfen mir und material auf treiben aber ich will erstmal nach hause fahren weil auch wegen solche und so ich bin nicht aus wie zum bach so das ist auch einer das ist ein mx-hund ja wo ich jetzt sagen irgendwie da drin er hat man die Tür abgenommen so wie ist die Gruppe super, Bordstein ist ein Fehler ich lerne es aber auch nicht kann auch schauen versorgen sie vielleicht nicht nach Hause locken, oder? ja wo kommen die aber mehr? wo doch war wir Okay, wo soll ich denn hier nicht kaputt? Mann. Oh, das ist schwer. Da sind wir. Hey, alle. so sprich mit drei mitgliedern mache ich